Solange du Spaß mit Bedeln hast. Ich will den Daumen haben, aber der geht immer so schnell wieder weg. Du willst den Daumen haben. Das ist so schwer, den aufrecht zu erhalten. Was? Herzlich willkommen zurück zu Lava's on a Dangerous Space Time mit Alou. Hallo. Die will den Daumen. Die will den Daumen. Das ist gar nicht so einfach mit dieser Kugel, okay? Gib mir den Daumen. Gib mir den Daumen. Gib mir den Daumen. Der Jäger. Oh wei. Okay. Sieht aus, als ob er im Kreis läuft. Ziemlich creepy aus, irgendwie. Oh Gott. Ich fahr dann mal. Hat die Musik. Oh nein. Oh, ist das Eis. Die Musik, Alter. Was ist das? Ich will... Moment, ich kann nicht fahren. Auch irgendwie eine Sonne. Orion, aha. Boah, die Musik, ey. Voll ab. Du musst fahren, theoretisch. Da unten ist die Sonne. Ja, weil du musst fahren. Hä? Ich kann nicht fahren und lasern gleichzeitig. Ja, ich kann das. Aber es geht halt nicht so gut. Wo ist er? Er kriegt auf jeden Fall Schaden. Das ist die Musik, ey. Ach so, wir haben ihn geschmolzen und dann hat er durchgehend Schaden bekommen. Ja, aber jetzt ist er wieder eingefroren. Genau, ja. Auch eine neue Sonne. Oh Gott. Ah, ich häng, ich häng, ich häng, ich häng. Okay. Was machst du denn eine neue Sonne? Ah, Schatzi, pass auf. Ich sehe nichts. Eistapfen! Ja! What to God. Sonne! Okay. Oh Gott, das ist so stressig. Du hast ihn getroffen. Ja, aber jetzt wird es schwierig. Ja, ich muss drehen. Moment. Es geht wieder ein. Das geht schnell. Ganz schön schnell, ja. Aber wir haben ihm ja schon fast halb Schaden gemacht. Fast halb. Ist auch nicht gegenüber. Ja, ich versuch's. Aber irgendwie hängt die... Irgendwie ist die Störung am Hängen. Ganz komisch. Oh, die Sonne. Ist nicht geschmackt. Kannst du einmal da bitte... Ich versuch's. Danke. Ich kann mich nämlich voll draufhalten. Zweite Phase. Oh, jetzt schwebt er. Das halte ich für kein gutes Zeichen. Jetzt wird der unangenehm. Na toll, jetzt ist er schon wieder eingefroren. Und seine Beine laufen weiter. Was zum Henker? Das ist mit dem Schiff gar nicht mal so leicht. Nee, das ist echt... Warte. Die Beine. Oh, die Musik ist so gut. Ja, die ist gut. Jetzt hat er gepiekst. Er hat genau das getan, was ich erwartet hab. Oh nein. Gepiekst. Aua, pass auf. Okay. Ich hab ihn getroffen. Mache Schaden. Kann man dem Bein auch Schaden machen? Nee. Okay. Ich hab die Rippe da ein. Ich komm nicht raus hier. Die Sonne ist... Nein! Die Sonne war doch da. Okay. Da ist diese da. Oh. Äh, falsch. Ich hab sie gedrückt. Halsche. Es ist so schwer, das mit dem Laser Ball zu machen. Ja, 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 ja. Mach nochmal. Mach mal. Nein! Ja! Ja! Ah, Laser Ball. Oh, Alter. Jetzt ist er wieder happy. Ne. Oh. So glücklich. Das war nur die Anti-Liebe. Oh. Oh, jetzt geht wieder alles kaputt. Es ist so deprimierend. Und nächstes Level machen wir dann mit dem Drehen. Oh Gott. Das ist auch noch das letzte Level. Nein, machen wir nicht. Aber guck mal, man muss mit jedem Schiff die Level mal machen. Weil es gibt ein extra Dings. Oh, okay. Dann hätte man das erste Reineke. Reineke. Na. Lass mich raten, du willst Reineke sein. Das habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Das ist meins. König Käfois. Okay. Der sieht aber sehr knuffig aus irgendwie. Oh, der sieht ganz schön dick und knuffig aus. Okay, dann müssen wir jetzt kurz die Spieler. Ja. Aber es gibt noch zwei. Oh. Oh. Der guckt doch auf die. Oh, Mann. Reineke. Warum heißt der Reineke und nicht Foxa? Foxa. Einer fehlt hier. Guck mal, wir haben gar nicht so viele verpasst. Und guck mal, hier haben wir halt das Schiffsauszeichen Bananasbild. Ja, okay. Wir können jetzt noch das normale Schiff nehmen. Oder wir nehmen das Kreiselschiff. Ich weiß nicht. Komm, wir nehmen das Kreiselschiff. Bist du dir sicher? Nein, aber ich meine no risk, no fun. Damit können wir überall gegen die Dinger fahren, weil es eine Gelee-Schicht hat. Uh, das ist schön. Man muss echt durchziehen. Okay. Mach halt. Ich hab Angst. Gott. Oh Gott, nein. Das war ich jetzt. Ach, du kannst das drehen? Ja, ich drehe das mit der Engine. Das dreht sich nicht automatisch. Oh Gott. Das wird mir schlecht. Mir auch ein bisschen gerade. Wir müssen nach da unten. Ich komme nicht klar. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin voll fertig, ey. Wie kommen wir davon weg? Ja, gib Gas. Ich mach' ich. Wer kann ich nicht? Ähm. Ich komme hier nicht weg. Hä? Kannst du mal kurz ans Schild kommen? Ähm. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ich verstehe dieses Schiff auch nicht. Ich verstehe dieses Anziehungs-Dings da nicht. Oh mein Gott. Ich drehe mal erst mal richtig rum. So. Muss man das zerstören? Huch. Ach. Oh, Bödebe. Das ist egal. Wir kriegen ja die Grenze. Ach so stimmt, ja. Wir müssen uns damit fortbewegen. Die sind zu stark, die Dinger. Ach so. Und dann schießt du das so rein, oder was? Ja. Warte mal. Ich mach das Schiff erst mal gerade. So. Das ist voll wirsch. Okay, warte mal. Wir müssen... Guck mal auf die Karte, bitte. Ich versuche hier gerade was zu zerstören. Okay. Was ist das denn da? Wir müssen erst mal nach unten. Ja, da wollte ich einfach hinnehmen. Da hat nicht geklappt. Sehr gut. Jetzt sind wir frei. Man. Oh Gott. Jetzt muss ich fahren. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sagen wir uns nicht bewegen. Was geht's ja noch. Aber... Okay, wir haben zwei Schilde bekommen. Oh Gott. Na, erstmal gucken, was das hier ist. Strahlenjuwel, wohin? Aufs Schild? Ähm, ja. Nachtjuwel. Oh. Was ist das? Eine Kette. Äh, ist mir egal. Wie ich schon willst. Heißt irgendwie auch eine Kanone weniger? Kann das? Oh ja, haben wir ja. Haben wir denn sonst nicht immer vier? Ja, aber dafür haben wir die anders ausgerichtet jetzt. Fuck. Na toll. Müsste mal fahren jetzt. So. Ja? Pray and pray. Pray. Wie schön doof jetzt. Ich kann dir... Je nachdem, wie ich lenke, ziehe ich dich von der Kanone halt. Ja, ja. So. Das sind diese verlorenen Pforten hier. Vielleicht kommen wir denn die Anziehungsdienste von so einem blauen Ding. Ja, geil. Nein, 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 nein. Was ist das denn knuffig ist da? Oh, du knuffig ist das. Oh, du knuffig ist das. Oh, du knuffig ist das. Oh, du knuffig ist das dann doch nicht. Ja, du knuffig ist das dann doch nicht. Ja, du knuffig ist das dann doch nicht. Oh Gott, da muss man sich ja voll aufpassen. Komm her. Komm her. Ich muss mal eben ne Runde fahren. Oh Gott. Hier sind überall Fragezeichen. Die muss ich erstmal alle sammeln hier. Ja, aber... Oh Gott. Oh fuck. Ich will nicht da rein. Oh shit. Was ist denn drin? Das ist nicht gut. Das sind so viele. Was sind so viele? Hilfe. Kann man das Schiff wieder drehen? Und so nehmen wir dieses Schiff. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, wahrscheinlich keine gute Idee, aber naja. Ich bin fast dafür, dass wir das nochmal neu starten. Das geht nicht gut. Das wird nie gut gehen. Ich dachte halt, das dreht sich von alleine. Unten, unten links ist ein... Wie das eine, weißt du, was wir hatten? Ja. Also in dieser... In dieser Kraftbahn da. Was haben wir denn da jetzt? Kannst mal gucken. Strahlenjuwel. Strahlenjuwel. Kannst ein Schild breiter machen. Ja. Jetzt bitte Schilde. Das sagst du so. Ah. Okay. Oh man. Dass dir in dem Schiff nicht schlecht geht. Ja, vor allem haben die eine gute Bodenhaftung. Oh, was ist das denn gemeines? Alter. Ähm, ich würde ja gerne, aber ich... Also... Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich versuch's ja... Ja, wir sind... Ne, wir schaffen das mit dem Schiff nie. Ne, das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeitsstufe, die wir da freigeschaltet haben. Das stimmt. Äh... Wow. Oh nein! Das ist ja ekelhaft. Oh fuck. Das kann man nicht zerstören. Da kommt so ein... Ja. Da kommt so ein... Ja. Okay. So. Wir müssen hoch. Ja, hoch. Das heißt, ich kann relativ gerade bleiben. Das ist schön. Achso, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Ungewohnt, ne? Ja. Mit so einer Gelee-Schicht. Vor allem ist die voll nutzlos. Ja. Scheiß Gelee-Schicht. Aber ich glaube, die Asteroiden haben uns trotzdem Schaden gemacht. Ja, ja. Das ist ja auch kein Gelände. Naja, also ich finde schon, dass das Gelände ist. Das ist kein Gelände. Finde ich schon. Das ist kein Gelände. Das ist kein Gelände. Das ist Gelände. Was ist denn sonst? Alter. Was kommt zuerst an? Pia. Alles. Hab ich das Ding, was da schießt? Ich glaube nicht. Puh. Wir haben auf jeden Fall alle Standorte der Häsin gefunden. Hm. Äh, ne. Was ist es denn jetzt? Achso, ja, das wissen wir ja noch nicht. Vielleicht Bärchen. Bärchen? Bärchen. Ähm. Hm. Wo geht's da rein? Will ich da rein, ist die Frage. Du musst da rein. Ich glaube, man kann damit besser steuern, muss man ja sagen. Aber... Oh nein. Oh Gott. Die sind im Scheiß gedrehen, ne? Jetzt, äh, bereit. Ja. Ja. Ich bin noch langsam. So, stopp. Was ist da drin? Vögelchen. Vögelchen. Okay. Oh! Jetzt dreht der! Ja, ich musste. Was machst du denn? Was machst du denn? Ja, ich muss das doch so drehen, dass ich da drankomm. Wenn man doch auch so drangekommt. Treffen. Ja, siehst du ja. Für Gott. Jetzt fahren, 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 fahren. Das macht bestimmt oben hier. Da oben ist was. Ach du großer Gott. Was ist das denn? Moment. Bösi. Moment. Du musst unten machen. 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 Ja. Oh, ob das gut war? Ich weiß ja nicht. Komm mal da raus. Ist da ein Knopf? Hm, weiß ich nicht. Ja. Moment. Ich musste jetzt das Schiff drehen. Dreh mit. Ja, das Ding ist halt nur, dass der immer weg geht, wenn ich drehe. Weißt du? Ja. So. Voll die Absprache hier. Hä. Oh. Schau raus. Pass auf, da ist ein Kanone oben. Ja, oben. Die feuert ja anscheinend nicht mehr. Oh doch, unten. Die schießt noch. Was ist das denn? Ich weiß nicht, aber du fährst grad rein. Du bist reingefahren. Wann ein Warp-Loch. Okay. Ist das angenehm? Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Wir wollten da doch eh weg. Ich komm nicht raus wegen der Gelee-Schicht. Wenigstens. Ne, das war das Schild. Wenigstens gibt es keine Eisgegner mehr. Oben. Oh Gott. Ich kann nix tun. Das ist alles zu viel. Ich wusste nicht mehr zuerst. Ich kann auch nicht die Leiter hoch gerade. Das ist alles zu viel. Ja, mach mal. Shit. Au. Das war dumm. Da oben sind Herzen. Ja, ich hab's gesehen. Au. Ich muss mal kurz an die Kanone. Ähm, ich... Warte mal. So. Da und da. Okay. Schaffst du? Schaffst du? Oh, direkt links neben uns natürlich. Oh ja, geh hin. Okay. Machst du mal. Okay. Ich... Nein. Da. Dieser Stress. Moment. Nein. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Chill, 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 chill. Ach. Okay. Alles wird gut. Geh mal oben ran. Okay. Mach die großen. Aua. Mach die großen. Du sagst es so einfach, während du hin und her drehst. Ja, ich dreh dich doch passend. Warte. Warte ab. Oh nein. Ach. Wo bin ich? Mach die... Du hättest doch die Dings machen können. Aber ich wollte nicht davon auch noch gedrungen werden. Oh Gott. Die Steuerung. Die ist so verdreht, wenn du... Ah. Puh. Okay. Wenn uns der Grüne da noch trifft, ne? Okay. Also das wär's ja jetzt. Ja, hätte ich ihm aber zugetraut, dem Grünen da. Welcher Grüner? Warum ist ein Gegner noch? Der da. Oh. Dann klingeln. Lalalalalalal. Geht doch. Schleschen, schleschen, schleschen. Oh nein. Geht doch. Von oben getroffen. Ein Gut. Wir könnten gehen. Pop, pop, pop. Plop, plop, plop. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt halt nochmal von vorne dann beim nächsten mal anfangen wollen. Mit dem anderen Schiff, oder... Also ich glaube nicht, dass wir das bis zum letzten Level durchziehen. Da müssen wir nämlich, glaube ich, nochmal von vorne anfangen dann. Beende es jetzt erstmal und dann beenden wir den Part und dann ist erstmal gut. Ich habe mich erstmal pauschen. Achso. Ja. Ich mache mich viel Stress jetzt. Das war viel Stress? Viel Stress. Okay. Das Level beenden, also die fünf Dinger nur wegbringen? Ja. Okay. Ich mache jetzt weg. Da war ja noch der Boss vorne dran. Das stimmt. Ja. Alter. Ich kann das nicht sagen, wir hätten es nicht probiert. Die Hamsbeer waren doch fast gut. Nee. Weiß ich. Das Schiff ist schrecklich. Das ist echt, das ist echt ein bisschen schlimm. Die Spielmedaille kann ich mir schenken. Bananasplit ging ja noch. Nee, war auch kacke. Ich will das normale Schiff haben beim nächsten Mal. Das war gut. Aber da waren die Wege immer so kompliziert. Bananasplit war nur hoch und runter gehen. Ja, aber da konnte es halt nur links bleiben. Oder rechts. Ja. Das ist alles so stressig. Stressig. Was kriegen wir denn hier? Das behalten wir eh nicht. Ist egal. Wir haben ja auch nicht unsere Mörderkettensäge behalten. Macht Joey. Macht Joey. Können Sie sich dann mit Megatoll drehen? Nein, damit kann man viel boosten. Wuhu. Okay. Wuhu. Dir wird nicht schlecht dabei. Nee, solange ich nicht hinguck, wird mir nicht schlecht. Wie du das rumschleudern kannst. Solange man nicht hinguckt, wird einem nicht schlecht. Okay. Okay. Gut. Guck mal, ich schaff das alles mit dem Schiff. Das machst du sehr fein. Oh, zack. Ich bin stolz auf dich. Oh nein. Nein. Okay. Was machst du? Das ist voll Lust. Oh Gott. Nein. Du hast so viel Spaß. So viel Spaß. So viel Spaß. So viel. So viel Spaß. So viel Spaß. So viel. So viel. So viel. Hey, Reinicke. Rutscht du mir den Buckel runter? Ja. Okay. Wir sind jetzt mal von Lovers and the Dangerous Best Time. Mit dem Entferner. Hey. Weggenommen. Weißte nicht. Haha. Kannst du mir den nicht wegnehmen? Irgendwie habe ich... Du sammelst ihn dann nämlich so ins... Oder? Ne? Gerade ging das. Könnte man voll tricksen. Man kann das... Ich konnte das so zuwerfen. Okay. Egal. Ich bin dahin. Guck mal, du kannst nicht schnell hüpfen. Doch, kann ich auch. Ne. Ich bin schneller. Weil ich die Leiter benutze. Das geht nur an der Leiter. Ne. Runterdrücken dabei. Kannst nicht. Oh, ach so. Ach so. Es ist zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.